Mittwoch, der 2. Mai 2018 und willkommen zu einer neuen Episode des Fortnite Daily Item Shops. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein, was es so Neues gibt. Die Feature-Items sind neu und natürlich die Daily-Items. Also schauen wir mal rein, ihr seht schon, Feature-Items sind neu, Dailies. Fangen wir bei den Dailies an. Ja, Reckon Specialist ist am Start. Ihr seht schon, ich habe die damals gekauft, als die rauskamen. Ja, ziemlich cool, so Winteroptik und so weiter. Für 1200 V-Bucks, kein Preis dran, weil ich hier schon habe. 1200 V-Bucks. Dann eine Spectral Axe, sehr, sehr geil. Passt zu diesem ganzen Spectral Set und so weiter, gibt es auch einen Gleiter von. Und die kostet 800 V-Bucks, auch keinen Preis, weil ich hier auch schon habe. Sehr, sehr nice übrigens, muss ich sagen. Also wer hier noch eine coole animierte Axe sucht, ist hier genau richtig für 800 V-Bucks. Kommen wir zum nächsten, Stealth am Start. Und der ist richtig geil. Der ist so eine Mischung aus dem allerletzten, den man aus der letzten Season bekommen hat, wenn man nochmal die Challenge ab Level 100 gemacht hat. Und eine Mischung aus dem Twitch Prime. So kommt der mir so ein bisschen vor. Sehr, sehr geil. Schwarz-Rot gehalten. Also wer so einen schlichten, aber trotzdem cool designten Gleiter haben möchte. 500 V-Bucks hier für Stealth. Dann Snorkel Ops, ja wer gerne schwimmen geht. Also ich habe noch nicht die optimale Lösung gefunden, den hier irgendwie zu nutzen. Deswegen habe ich mir noch nicht geholt. 1200 V-Bucks, aber mal schauen. Vielleicht entwickelt sich das noch mit meinen Schwimmkünsten und dann schlage ich da mal zu. Also 1200 V-Bucks für Snorkel Ops. Dann haben wir zwei E-Mails am Start und zwar zum einen Slow Clap. 200 V-Bucks habe ich mir noch nicht geholt. Könnte ich eigentlich mal machen, denn das ist schon ziemlich geil. Ich habe es nicht geholt damals, deswegen hole ich nochmal 200 V-Bucks. Geht eigentlich klar, muss ich sagen. Ich zeige es nochmal hier. Zack. Und ja, wir haben Wiggle wieder am Start. Für alle, die die Wiggle verpasst haben, ich mache mal die Musik aus. Wiggle ist wieder da. Geiler Beat. 500 V-Bucks. Und eines der geilen Dinge in Season 4 ist, oder ab Season 4 ist, ihr könnt jetzt alle E-Mails automatisch dabei haben. Das heißt, die ersten natürlich, die ihr ausgewählt habt, das ist am allerersten. Also sobald ihr die Taste drückt, habt ihr die in der ersten Auswahl. Aber ihr könnt mit dem Mausrad hochscoren und habt im Grunde alle dabei. Das heißt, alles, was ihr euch holt, hat jetzt tatsächlich einen Nutzwert. Und ihr könnt alles benutzen, was sehr, sehr geil ist. Also nochmal große Props daraus an Epic, dass die das möglich gemacht haben, dass man jetzt alles mitnehmen kann. Umso geiler ist das. Ja, und dann kommen wir zu den beiden Feature-Items. Wir haben den Rex wieder am Start für 2000 V-Bucks. Ja, mein Fall ist er nicht. Wir hatten ja die weibliche Version davon drin. Die fand ich schon ein bisschen geiler, aber war auch nicht mein Fall. Und ihr Rex für 200 V-Bucks, muss man wissen, wenn man sich den, für 2000, sorry, wenn man sich den holen möchte. Ja, liegt an euch. Und Party Animal, einer der Harvesting-Tools, die sehr selten drin sind. Der hier, der Slurp-Hammer, wie man ihn immer so schön nennt. Und die Einhorn-Spitzhacke, die beiden sind sehr, sehr selten drin. Und hatte ja immer einen Animierten gesucht, oder der irgendwie einen super Effekt hatte. Hätte ich mir den eigentlich auch gekauft, wenn denn nicht vorher die andere Achse kommen wäre mit dem Planeten. Denn die habe ich mir jetzt geholt, deswegen hole ich mir die nicht. Aber 1500 V-Bucks und hier diese schöne Animation am Schlauch. Die ist im Nachhinein erst reingepatcht worden. Das heißt, ganz am Anfang gab es die noch gar nicht. Mittlerweile ist die drin, schon ein bisschen länger. Sieht sehr, sehr geil aus. Also wer hier einen Slurp-Hammer haben möchte, ich glaube, wenn man schlägt, gibt es auch noch so ein bisschen Slurp drumherum. So ein bisschen Slurp-Saft fliegt so herum. Für 1500 V-Bucks. Ja, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr euch gegönnt habt. Und vor allem eure Meinung zum Battle Pass, zum neuen. Würde ich gerne wissen, Season 4, wie weit seid ihr? Was haltet ihr von dem Ganzen? Einige Leute waren ja am Stream schon dabei heute. Wir haben hier direkt von Anfang an Sekunde 1 reingestartet. Und ja, würde ich hier auf jeden Fall gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Und ja, wenn ihr das Video cool fand, lasst einen Aik da. Ansonsten lasst einen Disfag da und dann hören wir uns morgen zu einem neuen Episode. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. asser Ja. Untertitelung des ZDF, 2020